Happy birthday to you So ein herzlichen Glück von Shardaro Leute die heute gebürzt haben und ich wün... ja und herzlich willkommen bei RetoCampbell ich spiel heute mal wieder Free Fire Max in Clash Squad viel spaß Ich vergesse gerade, der ist zu drücken lol Normales Clash Squad, kein Ranked Ranked würde es zwar noch geben bei mir der unter und macht das so gut zu閉nen Kann man aber hat Oh, ich habe einen Schuss gemacht. Das war auf einen, der am Boden lag. Wir wollten ja nicht, dass er sich da weiter rumkriegt. Okay. Oh, weia. Mir die M60 gebraucht. Okay. Okay, nice. Zwei Kills gehabt. Oh, ich bin der beste Spieler. Deswegen spiele ich lieber diese normale Clash Squad. Weiter bin ich auch öfters bei der besten Spieler. Beim anderen, da geht immer so eine ganze Gruppe rein und die sind meist sehr gut auf sich eingespielt, sag ich jetzt mal. Und dann haben so Einzelkämpfer wie ich keine Chance. und dann Ultimately, ich schaue die Masse an zehnmal auf die ganze Zeit noch bei der ganzen Gruppe rein. Was soll das? Und dann haben wir auch keine Chance. Das ist noch ein ganzes Auge. Wo ist das? Oh, tatsächlich. Nur stehert es noch mit. Das ist noch ein anderes Auge. Oder wir versuchen es noch den Beiden, dass es noch ein paar Mal noch, ich glaube da war einer im weg und ich war das nicht gut so cool achso ich habe ja mal eins aufgefüllt schon eine mit das 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 hier gibt es ressourcen oh yeah das geht aber schnell ja gut dann jetzt war der zweitbeste aus unserem team und der zweitbeste von allen. gut dann bis gleich. okay die zweite runde geht los ich kaufe mir am Anfang wie immer eine rüstung und ein na gut komme ich halt mit da lang zwei Leute sind noch da da Double kill! Juhu! Juhu! Okay! Schau mal, was haben wir jetzt hier? Ach, was sind wir denn? Nehmen wir die Mech, dann ist das ganze Geld weg. Nehmen wir die Mech, dann ist das ganze Geld weg. Okay! Machen wir so, Mech! Das ganze Geld weg! Okay, meine Weste ist kaputt! Okay! Head there! Thanks! First Blood! Oh! 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 Thanks! Okay, nice. Newton. Äh, wir lassen es mal D. Okay, let's go. Nächste Runde. Steht 2 zu 0. Sieht aus, als ob wir einen Gewinn würden. Okay, let's go. Wow, nice. Niederlage, oh, Niederlage. Warte mal, das, das, das kriegt ihr wieder. Jetzt kriegt das wieder. Oh, my Lieblingsrunde. Okay, let's go. Oh, my Lieblingsrunde. Oh, mein Lieblingsrunde. Oh, mylie. Oh, mylie. Oh, mylie. Oh, mylie. Oh. ok Hey, der hinterlebt wieder. Okay, 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 okay. 2-2, es wird spannend. Sowas, liebe ich, wenn es spannend wird. Aber wer verliert, dann erraten sich. Okay. Okay, 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 okay. Diesmal stehst du nicht wieder auf. Oh schönes Gewehr, das ist cool. Darf ich jetzt alles was ich eigentlich brauche? Kann ich kaufen was ich will? Ich brauche alle ganzen Bomben, Granaten. Ich kriege nicht mehr. Okay. 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 gut das war dann die zweite runde und die letzte runde für heute ich war nicht der beste ja mal ein like da bischönen nuton 28 hat weniger schein als ich gemacht aber er war der beste spieler mensch ja dann gehen wir natürlich auch ein like gut gespielt miteinander so wie sag ich mal gut das team 4 1 2 3 und von dem bestimmter dann sag ich mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten mal wieder dabei seid bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen und und und